Und? Gut? Guter Kaffee? Hm? Ja? Der gute Kaffee? So trinken wir richtig Kaffee, gell? Ja? Ah, lecker! 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 Kaffee, kaffee, gell? Hm. So trinken richtige Männer. Gell, Leo? Nein, so trinken Babys, kleine Babys. Nein, richtige Männer. Lecker, pass auf! Unter, Unterpacke! Ich hab jetzt mal ein paar Sachen gesehen. Ich hab das noch nicht gemacht, das ist eine kleine Sache. Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Ja? Schauen wir uns auf den Hebel. Ja? Schmeckt gut? Ja? 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 Jaja? Ja? Ja? Na, ja?